Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Minecraft. Heute mal alleine, kindtogether. Und ich würde sagen, wir starten. Joa, machen wir mal eine neue Welt und dann die Let's Play. Bum. Also und ich, vielleicht vorab, das Let's Play Together. Meine beiden Partner, die haben keinen Bock mehr. Und deshalb werde ich mir einen anderen Partner suchen. Also ich habe schon einen, ich würde suchen noch einen zweiten, damit es besser ist. Und ja, und mach eben gucken. Gut, alles gut, alles gut. So und runter. Und hier peaceful, nee, easy wollen wir. Und gut, wie so lebt es so. Ähm, naja. Da warte ich mal, bis ich ein paar FPS mehr habe. Und so, jetzt sollte es funktionieren. Ja, einigermaßen. So, jetzt, nee, das geht's überhaupt nicht. Ach, jetzt will ich da denn um. Vielleicht will ich das hier umstellen? Ah, ja. Jetzt funktioniert es eigentlich. Und ja, wir bauen da mal Holz ab. Wie man immer macht. Wie so ist es gar nicht. Wie man immer zum Anfang von Minecraft macht. Was total normal ist. Und ja. Das braucht man eigentlich auch. Ja, nicht nur eigentlich, dass das wichtigste an den ganzen Spieler waren. So, dann guck ich mal noch, ob ich es jetzt kann, ohne dass es weckt. Ah, ja, jetzt funktioniert es. Oder? Nee. Und ich gucke. Also, und ihr seht, ich habe Minecraft-Beta als Punkt 5. Ähm, ist noch nicht so lange draußen eigentlich. Und ich denke mal, also, soviel ich weiß, ist da nur das Wetter dabei, als so Segen und Schnee. Und, ja, mehr weiß noch, das geht doch wahnsinnig. Und mehr weiß ich nicht, was da eigentlich neu dazu gekommen ist. Aber segnen tut es echt selten. Bei mir hat es bisher erst zwei Nachts segnet und noch kein einziges Mal geschnallt. Und, ja. Ich mache mal kurz eine Aufnahmepause. Okay, weiter geht. Ich hoffe, jetzt nix nicht mehr. Oh, jetzt funktioniert es eigentlich nicht. Okay. Polz, 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 wir sammeln Holz. Eigentlich haben wir schon genug, jetzt bräuchten wir nach Kohle. Wir verarbeiten, das mal schnell. Zack. Einstück. Zack, zwei Stücks. Und, ja. Wo ist die Kohle? Und, wie geht. Die ständig mal ein bisschen leiser. So, den Zaun vielleicht auch. Das gibt's doch nicht. Ich, 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 I need Kohle. I need Kohle. Oh, nee. Das ist ja doof. Das lasst es an. Gibt's los. Ich hab dort ein Zombie gehört, aber wo war er? Ja. Naja. Kommt vor. Hier gehen wir mal runter. Die Hülle sieht einladend aus. Vorausgesetzt, man hat Kohle. Äh, Fackeln. Dafür man aber Kohle braucht. Ach so. Bei Minecraft 1.5 gibt's ja auch die Achievements. So zeig ich euch mal eben. Das sind die hier. Davon hab ich schon so ein paar. Und die Statistik, wo alles steht. Aber, naja. Die Statistik interessieren mich eigentlich nicht so. Mich interessieren eher die Achievements. Aber, naja. Und wer das Minecraft Together besser fand, das tut mir echt leid. Aber, beschwert euch bei meinen Partnern. Ich hätt's selber auch noch sehr gerne weiter gemacht. Aber gut. Vielleicht sollte ich jetzt nicht meine Partnerflame. Das hab ich auch grad nicht vor. Ich würd' ich Kohleflame. Ich hab keine Kohle. Kohle, Kohle. Das ist echt wichtig. Vorausgesetzt man gilt gerne. Na gut dafür, gibt's auch Holz, aber Kohle ist doch viel besser. Sie kann man keine Fackeln aus Kohle machen. Äh, auf Holz. Das war doch irgendwie cool. Ah, naja. Ja. Vielleicht gibt's da hinten ja was. Ich hoffe es. Ich muss mal eben was gucken. Okay, gut. Weiter geht's. So. Hm, hm. Kohle, 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 Kohle. Oh, Mann. Vielleicht wird's dunkel und wir haben immer noch keine Kohle. Ich vermute mal, dass es dunkel wird. Ich weiß es nicht. Ich warte mal wieder. Gut. Ah. Oh, no. Hm, hallo. Wo bist du? Und ich hoffe, dass bei diesem Minecraft alleine nicht abkacht, weil Minecraft, weil das ist mir um die letzten drei, vier Male passiert, als ich das probiert hab. Und ja. Hier? Hm. Ohne, 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 ohne. Wieso versteckt die Kohle sich vor uns? Wieso spacht meine Maus so rum? Hallo, ohne. Oha. Hm, ne. Keine Kohle, kein Unterschlupf. Und ich hab Leben verloren. Hervorragend. Ohne, hey, ohne. Ohne, naja. Ohne, ohne, ja. das gibt es doch nicht jetzt habe ich schon fast vier Herzchen weg und hab noch nicht mal die erste Macht überlebt so schlau bin auch nur ich ich hätte das noch keinem von euch passiert ich hoffe ich euch ich wünsche es euch ich hoffe es euch was das besagt ich glaube diese Nacht verbringlich im Teil ja super Hallo Kohle ich brauche ich dich kaputt schmachtisch kaputt tut mir leid ich brauche dich halt du bist wichtig und dann missten wir uns hier einfach mal ein ich meine wieso nicht wir haben Kohn gefunden und vor allem geht es Schlechtung machen Prozent dass sie irgendwie zu damit nix reinkommt und bauen uns hier dann ein noch eine schöne Wand und so damit es schön aussieht aber das später das war so am Ende hier schön die Kohle und ja es ist noch nicht halb so dunkel das heißt ich mache eine schnelle Schaufel und bauen wir ein bisschen dort ab und hallo nur schweigen ich bringe mich nicht um auf wenn ich dich brauchen ich bin noch ein paar Menschen nicht 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 zu spät was passiert na gut anbaust das kann ich auch um auch Sticks dann mache ich mir auch gleich ein paar Fackeln und so Fackeln bumm dann hier hin äh ja hier hin kommt ein Stück Dreck hin dann hier und hier zack jetzt sind wir sicher jetzt machen wir das hier noch zu nicht aber scheiße und zieht Dreck also ok den Boden ersetzen wir irgendwann aus Holz das steht fest ok haben ein Bett machen wir uns ich hab nun braucht sie werden gehört mal zu machen halt die Fresse ok vielleicht steht hier ein bisschen scheiße warum wir mal weg und als erster Unterschlupf ist die Höhle gar nicht mal so schlecht ja finde ich gut kann man gut schlafen hoffentlich habe ich keinen Back ihr kennt bestimmt den Back mit den Monstern dass die dann mitten in der Nacht auf euch spawnen und euch umbringen wollen hat sich zum Glück jetzt nicht ok du kommst hier rein ich weiß das sieht jetzt noch doof aus das ändern wir bald aber jetzt ich muss jetzt ändern dann dann bauen wir auch hier ein paar Steine ab weil wir den Boden ja eh durch Holz ersetzen wollen und auch die Steine eh nur stören und man die gut verwenden kann okay ich glaub wir brauchen ein paar Treppchen um hier besser hoch zu kommen oder ne keine Treppen Treppen sind out wir sind schon da hoch ganz Gangster Style so Kohle ho ho hallo Kohle das soll schon was vor und ne Höhle weil oder ist das keine Höhle ah ne gar nicht das Stück Kohle hab ich bestimmt vergessen ein dreckiges Stück Kohle wir machen hier und fühe hier auch den Dreck weg so haut dann vielleicht ein bisschen besser aus die Decke machen wir machen ja um oh tut mir leid ich bin glaub ich ein wenig krank das weg Vielen Dank.